Saus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video Ja Freunde, diese zwei Affen sind gerade kurz vorbeigekommen, um eine Pfeife zu rauchen Wie viel haben wir Jungs? Ja, halb eins 0 Uhr 35 Freunde, die sind vorbeigekommen um eine Shisha zu rauchen Haben ein bisschen über Gott und die Welt geredet und ja, folgt ihn auf Instagram Freunde Wir fahren nach Köln Leute, wir fahren jetzt einfach stumm nach Köln, Alter Überraschen mal ein bisschen Salome, Alex und... Ey Leute, wir sehen uns gleich wieder Peace Ich höreste, Leute, kennt ihr das? Bruder, komm, lass einfach nur chillen Und aus chillen fahren wir jetzt stumm nach Köln Wir sehen uns gleich wieder Ja, jetzt sind wir im Auto, Leute, fahren wirklich nach Köln Wir haben uns überlegt, machen wir mal ein bisschen Freestyle-Session, Alter DJ, gib mir den Beat Ich und meine Jungs fahren jetzt nach Köln Es ist 3 Uhr, Bruder, um, wir wollen Köln Köln sehen Chillen mit meinen Jungs, ja, fahren jetzt nach Köln Haben keine Hobbys, was sollen wir denn machen? Es ist 3 Uhr, um, wir sind auf dem Weg Keine Hobbys, keine Freunde, nichts mehr, yeah, yeah Ja, du bist jetzt hier vorne rechts Wo? Oder hier, 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 hier Und tut das magnetisch Für die Gesundheit Bedanke ich mich täglich Schöne, bitte, ein Kroost Schöne, bitte, ein Kroost Schöne, bitte, ein Kroost Mit Papa am Strand in Karibik spazieren mich in das Lächeln meiner Kinder verlieben Bitte Gott um Vergebung und seine Macht Ich schwör's dir, wir lassen nicht los Machst zu viel Kraft mit dem Depot La-Clicker, la-Clicker, international ticker Teran bis Afrika, Künstler sowie Grafiker, lalala So, Freunde, wir sind in Köln angekommen, Alter Ja, wir haben jetzt fast 4 Uhr, Leute Jawohl Es ist 3 Uhr, ey Guck mal, was geht, Alter Yeah, Leute, Slehrmann ist auch da was Wo lang ich ja gehe? Alles gut Und dir? Muss, muss, was geht, ey Zuck mal Hi, 3 Uhr Ja, okay, jetzt wieder hin, Alter Ich weiß 3 Uhr jetzt mittlerweile, Alter Gib dir mal meine Schlappen, Alter Boah, Leute Ne Pfeife rauchen und wieder zurück Nein Bruder, wo sind die Schmetterlinge? Boah, Leute, vor fast einem Jahr haben Barbaros und ich hier den Kühlschrank angemalt Mit so Klebedinger, guck, das sind so Klebedings Vor fast einem Jahr Ist doch 2, 3 Monate 4 Und das ist stumpf immer noch hier, ey Guck mal, wie schön wir das gemacht haben, hier Kühlschrank Boah, Alex Dafür wirst du büßen, ey Leute, guck mal was er mit denen gemacht hat Die Schuhe sind statt weiß jetzt einfach schwarz und braun Ja Alex Dafür kriegst du irgendwas zurück, ey Ich mach eigentlich Mut Ja Alex, wenn du das siehst, ne Rache ist süß, Boah Jungs, wenn jemand drauf trägt, dann tritt mal drauf Ja Tritt drauf, Junge Boah, tritt drauf Salome Sag mal, das macht was aus Tritt drauf, Junge Tritt drauf Und wie ist die Pfeife Ach, sag mal, ich hab dir sofort erzählt mit der Polizei Das ist okay Alex, Bro, was geht ab? Ähm Ich sneak mir einfach mal ein paar Vibe-Sticker von dir Du Künstler, Alter Künstler, Leute Wenn ihr irgendwas dekoriert haben wollt, Leute Dann ruft mich an unter 664-664-466 Es ist 5 Uhr 36 Guck, hat gepasst irgendwie ein bisschen Ich bin totes Wider Ich bin voll fit, Alter Was ist los mit dir? Jeder normale Mensch, wenn auch sie geht zur Arbeit Bruder, du musst ziehen Guck, Leute, habt ihr gesehen? Ich schieche Der ist voll faszinierend, Alter Gib ihm noch einen Da hat er auch Sensor, kannst du klatschen Ey, der mag es Er mag es Er steht drauf, Alter Jo, Freunde, was geht ab? Ähm, der nächste Tag hat jetzt begonnen Wir sind gestern Morgen gegen 8 Uhr irgendwas hier angekommen Es war echt witzig gewesen, wieder mal dort zu sein in Köln War auch schön, die alten Affen hier wieder zu sehen Und ja, Leute Wir hoffen, dass ihr dort euch gefallen Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben Da oben, morgen um 16 Uhr kommt ein neues Video Wir sehen uns morgen wieder Peace out und macht's gut Schöp